So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier auf dem Judenfriedhof und jetzt wird es eine Stelle hier geben, wo es in den Untergrund zu den unterirdischen Katakomben geht. Oh, da ist einer. Scheiße. Dreck gegenüber, Dreck gegenüber. Ja, chill, bleib dahinter. Oh mein Gott, das ist ja ultra gruselig. Sag nicht, hier sind jetzt überall Gräber, links und rechts. Was? Das sind Särge, ja. Hä, sind das Kindersärge? Das heißt, hier sind Kinder begraben? Das ist kein Kinderknochen, oder? Okay, und das hier sind jetzt größere? Arm und Graub, ja. Großvater. Da oben ist ein Kind einfach drauf abgebildet. 1913 bis 1924 gelebt. Das sind menschliche Knochen hier? Das sind menschliche Knochen, ja. Das hat mir jetzt echt die Sprache umso verschlagen. Guckt euch das mal an, wie verwahrlost das hier ist. Boah, was ist das denn? Oh, Scheiße. Nein. Sind das Rippen? Ja. Da fehlt einfach der Kopf. Du kannst die komplette Hand erkennen. Mal schauen, wie wir das mal an. Das ist ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Ja. Das sind die Hemden, die die Menschen im KZ getragen haben. Ich habe noch nie mehr an denen eine Leiche gesehen. Das ist einfach mehr auf einem Haufen. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch unterwegs, befinden uns aktuell auf großer Oster Lost Place Tour im Ausland in Belgien. Und nächste Location wird ein verlassener Friedhof von Juden sein. Und auf diesem Friedhof wurde tatsächlich seit 80 Jahren keiner mehr begraben. Was das wird, seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit. Kommt los in. Hier sehen wir den Friedhof einfach von außen. Hier oben haben wir so eine kleine Kapelle. Dann sehen wir da unten schon die ersten Gräber. Es soll einen Untergrund geben von diesem Friedhof. Auf jeden Fall eine extrem spannende Location, Leute. Jo, wie viel Spaß? Das war richtig schnell. So, wir haben es geschafft. Wir chillen jetzt hier ein bisschen auf der Mauer. Sammeln uns kurz und dann geht es weiter. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier auf dem Judenfriedhof. Und jetzt wird es eine Stelle hier geben, wo es in den Untergrund zu den unterirdischen Katakomben geht. Da vorne können wir auch schon sehen, das ist also der stillgelegte Bereich des Friedhofs. Ja, und dort wird seit 80 Jahren keiner mehr beerdigt. Oh, da ist einer. Scheiße. Direkt gegenüber. Direkt gegenüber. Ja, chill. Bleib hier hinter. Bleib hier hinter. Genau im Wohnzimmer. Da hat er hingeguckt. Oh, war das? Das ist quasi gerade ins Wohnzimmer gegangen. Direkt hier das erste Fenster. Ja, von hier sieht ihr mich nicht mehr. Ne, ich sehe es auch nicht. Vielleicht hat ihr uns auch nicht gesehen. Soll ich jetzt schnell machen? Ja. Let's go. Oh mein Gott. Was ist das hier für ein Abgang schon? Das ist ja ultra gruselig. Alter Schwede. Das ist krass. Das ist richtig krass. Und über uns sind überall einzelne Löcher. Ey, das ist ja entheftig. Das ist absolut krass. Oh mein Gott. Sag nicht, wir sind jetzt überall Gräber. Links und rechts. Bis hinten. Als ob. Die sind sehr geredet. Ja, guck mal. Da haben wir die Kräfte über alles rein gezahlt. Was? Das sind Särge, ja. Hä, sind das Kindersärge? Ja. Das heißt, sie sind Kinder begraben? Das sind Kindersärge, ne? Das sind tatsächlich alles Särge? Extrem klein. Oh mein Gott. Und schau mal, was hier steht. An unserem Kind. Das heißt, wir befinden uns hier gerade in einer Grabstätte von jüdischen Kindern. Okay, die werden jetzt hier schon ein bisschen größer. Und die sind tatsächlich aufgebrochen, oder was? Das ist kein Kinderknochen, oder? Doch. Ist es. Das ist abgefahren. Das ist richtig abgefahren. Okay, und das hier sind jetzt größere. Ja, ja. Das siehst du hier. Amon Grand, ja? Großvater. Steht hier denn jetzt ein Jahr noch? Wann die hier beerdigt wurden? Und ich sehe hier die Nummerierungen. Das ist das Grab Nummer 285, 290, 295. Das kann man erkennen, aber... Ja, das bewegt sich auch tatsächlich in dem Zeitraum, wovon wir eben gesprochen haben. 1875 bis 1914. Ja. Und hier tatsächlich der Judenstern. Und hier sind noch die Porzellanbilder von dem Unika. Oben ist ein Kind einfach drauf abgebildet. Oh mein Gott. Das hat von 1913 bis 1924 gelebt. Elf Jahre ist das alt geworden. Und da oben ja nicht. Und du siehst hier immer vereinzelte Judensterne, ne? Guck mal hier oben. Das ist nochmal extrem. Dann hast du es hier rechts direkt zweimal auch wieder mit Bild, ne? Ja. Guck dir das mal an. Das ist auch dieser klassische jüdische Bart, ne? Ja. Den der Herr da hat. Auch jüdische Einschriften. Ist das hier welch? Das muss ich hier bläsen, ne? Hier dasselbe. Guck mal, das sieht so aus, als wäre das die Frau von dem. Das ist hier auch. Bläse. Guck mal, bläse. Oh mein Gott, ja. Wie ist das? Bläse. Ja. Krass. Mann und Frau. Er ist 1918 gestorben und sie 1925, ja. Die Frauen werden ja irgendwie immer was älter, ne? Das ist von der Tante. Und das hier ist von der Mutter. Das sind keine so private... Ach, nein. Sag nicht, das ist jetzt auf da hinten. Und man sieht... Und man sieht... Und man sieht den... Was? Nein. Das sind menschliche Knochen, ja. Das sind menschliche Knochen, ja. Aber sowas haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die jüdisch bläubigen Menschen damals mit sehr viel wertvollem Schmuck beerdigt wurden. Ja. Und ja, das wissen halt die Menschen. Du meinst jetzt ernsthaft, dass die wirklich das Grab aufgebrochen haben, um hier den Schmuck... Ach nein, hier auch noch. Tatsächlich das Grab aufgemacht haben, um den Schmuck daraus zu klauen. Ey, das ist ja sowas von unterste Kanone. Ne? Das ist absolut ehrenlos. Das geht gar nicht, ne. Man kann nicht die Toten bestellen und dann noch die Gräber abwischen. Und dann noch von jüdisch vielen Menschen, die wahrscheinlich in den Zweiten Weltkrieg, in den Ersten Weltkrieg gestorben. Ja, tatsächlich. Passt ja anhand der Daten, ne. Auch elf Jahre noch mitgeworden. Ist aber echt mal eine Location, die hat es in sich, ne. Also, sowas hatte ich tatsächlich auch in sieben Jahren noch nicht gesehen. In sieben Jahren Lost Place, ne. Das sieht man auch nicht. Normalerweise hier, das ist viel zu selten. Das ist echt unglaublich. Und wenn wir jetzt hier nochmal diesen Gang lang gucken, wie gruselig das einfach nur ist. Die haben ja keinen klassischen Holzsack, ne. Nein. Ja, ist jetzt schon scheiße, dass das hier offen ist, ne. So, ich meine aber hier gibt es auch noch einen anderen Bereich, ne, habe ich gelesen. Ja. Auf dem Friedhof, ne. Genau, hier gibt es noch so eine Art Katakorn. Die sind zwar getrennt. Wirklich Endzeitstimmung hier. So, und hier haben wir den nächsten Abstieg in die Unterwelt. Wow. Das ist krass. Und auch hier wurden die Gräber geplündert. Guck mal, hier fehlt einfach alles, ne. Weiter geht es hier auf dem Horrorfriedhof. Wart ihr eigentlich schon mal nachts auf einem verlassenen Friedhof? Oder generell würdet ihr euch das trauen, auf dem Friedhof mal alleine rumzulaufen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das ist ja echt Wahnsinn. Wow. Krass. Das geht hier überall in den Untergrund, ne. Guck dir das mal an, wie das hier aussieht, ne. Das ist echt extrem schade. Da kümmert sich halt keiner mehr drum. Ne. Und da ist eine Schande, ne. Die Menschen sind auch seit über 100 Jahren tot, ne. Das heißt, die Nachkommen sind ja auch schon tot, ne. Genau. Sehr wahrscheinlich. Da haben wir so einen riesigen Kreisverkehr. Mitten auf dem Friedhof. Mit dem Jesuskreuz. Boah, ist hier wieder so ein Abgang? Ja. Okay. Krass mit der Wendel Treppe. Sieht eng aus. Oh, das ist richtig eng. Boah, ja. Boah, was ist das denn? Scheiße. Warte mal. Was denn? Mein Licht fängt sogar an zu flackern. Komm mal hier runter. Boah, alter Schwede ist ja alles voller. Was ist das? Oh, Scheiße, Junge. Was zum Teufel ist das? Das kann nicht sein. Nein. Was? Guck mal. Sind das Rippen? Ja. Scheiße. Was? Junge. Oh mein Gott. Sag nicht, da liegt einer drin. Ja. Gott, wie das stinkt hier. Da fehlt einfach der Kopf. Was? Ach du Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Was? Was ist das hier? Ey, das ist jetzt echt nicht cool, wa? Das ist endlich cool. Was? Du kannst die komplette Hand erkennen. Siehst du das? Rechts. Da. Das ist die Hand. Die Handknochen. Alter, nein. Und da der Arm. Nein, Alter. Du hast vollkommen recht. Ey, Digga. Ne, wir müssen hier raus, wa? Haben die das jetzt hier alles geplündert, oder was? Ich weiß es nicht. Also, hier fehlt der Kopf. Ja. Ich habe halt gelesen, dass auf dem Schwarzmarkt menschliche Überreste, Knochen, ein Schädel. Und die werden dann halt auch verkauft, ne? Und gehandelt. Was ich aber... Was ist hier passiert? Das ist ja hier komplette Zeit. Ja, guck dir das mal an. Die sind alle aufgemacht worden. Ey. So will ich nicht enden, wa? Ey. Junge, da liegt der Oberkörper. Ja. Komplett. Mit Rippen. Liegt der Kopf, oder nicht? Das ist unglaublich. Man kann die doch hier nicht einfach so hinschmeißen und hier liegen lassen. Ich meine, schau dir das mal an. Das ist ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Ja. Und das sind die Hemden, die die Menschen im KZ getragen haben. Meinst du, das ist noch original? Jetzt, wo ich sehe, dass das hier blau-weiß gestreift ist. Jeder kennt den Film vielleicht, der Junge im gestreifen Piktor. Kenne ich. Habe ich tatsächlich in der Schule gelesen. Und das müsste so ein Design. Das sind hier die Regen, die hier gebraten wurden sind, ne? Und die stammen aus dieser Zeit. Guck dir das mal an, hier. Die Judensterne. Und da oben der Totenkopf. Das ist richtig gruselig. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wirklich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Leiche gesehen. Und die sind einfach mehrere auf einem Haufen. Nee, da bleibt mir auch die Spucke weg. Also, lass uns besser mal hier rausgehen. Wir drei befinden uns jetzt wieder hier oben am Aufgang. Und sind echt sprachlos. Geschockt. Wissen nicht, was wir darüber denken sollen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich dieses Video hochladen kann. Weil wir das jetzt aus Zufall hier so entdeckt haben. Das ist jetzt irgendwie... Das ist einfach viel zu heftig. Also, mir fehlen ja echt ehrlich gesagt die Worte. Die ganze Zeit Gänsehaut. Also, das ist so ein komisches Gefühl, da unten gewesen zu sein. Also, mir ist wirklich schlecht. Das ist auf jeden Fall schon krass, ne? Das sind Menschen, die so... Ich sag das jetzt mal wie es ist. So auf alles scheißen. Und einfach anfangen irgendwelche Gräber aufzuschlagen und zu durchschwühlen. Alter so, ne? Also, ne? Es gibt so eine gewisse Form von Respekt, die sollte man einfach haben. Nur weil man auf irgendwas geiles oder so... Ist jetzt ja nur eine Vermutung. Warum soll ich sonst irgendwelche Gräber auf... Wegen den Schmucksachen, ne? Das hat ja nur was mit Geldgeil und Gier zu tun, aber... Das ist unglaublich. Verstehbar. Weißt du, das ist ja nicht nur das Aufbrechen, sondern... Man hat ja gesehen, dass da unten die Särge kreuz und quer liegen. Weggeschmissen. Ja. Alle richtig gestapelt nebeneinander. Wahrscheinlich sind hier unten auch noch besondere Personen beerdigt. Das ist ja so eine Art Krypta hier. Extra für diese Menschen. Und das da unten ist das reinste Chaos. Na gut, wir sind ja auf dem Friedhof. Da ist es normal, dass hier menschliche Überresten beerdigt werden, aber nicht geschändet. Ja. Genau, dieser Friedhof hier ist ja ganz normal öffentlich. Richtig. Mit Öffnungszeiten. Genau, dass es halt ein besonderer Friedhof ist. Also wir befinden uns jetzt hier nicht auf irgendeinem, der noch genutzt wird. Genau. Das sind alles Gräber von 1920, 1100 und... Und die sind halt besonders wegen ihrer Architektur. Und deswegen kann man diesen Friedhof hier auch öffentlich besuchen. Richtig. Und dann ist hier einfach ein Treppenabgang. Dann kannst du hier einfach runter gehen und dann findest du sowas. Der Friedhof ist öffentlich begehbar. Von Kindern. Jeder darf hier hingehen. Dann kann ein Kind drüber springen. Richtig. Hier kann jeder hingehen. Und das darf nicht sein. Damit würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Uns reich ist jetzt nämlich definitiv hier. Es wird jetzt auch dunkel. Wir wollen jetzt gucken, dass wir langsam zum Auto kommen und dann nach Hause fahren. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein und bleibt gesund. Ciao. 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 Ciao.